Ja, ich hab einen davon noch mehr nicht. Schau, einmal hier. Einmal... Déjà-vu. Ich hatte hier 4 Euro. Geht ja auch so viel. Ich chill hier grad mit den 2 Mega-Tradern. Ein paar Geheimnisse aufschnappen. Holt euch alle Young Singler an. Richtig krass. Und dann einen Kotter-Trap. Die Anlid Alice. Hast du nichts lange gehört davon? Nein, war gar nichts. Das war so hype. Oh, was geht ab, Leute? Hang hier. Mit ein paar Freunden. Das ist mit einem neuen Projekt. Beziehungsweise einem alten Projekt. Damals dieses TVT im Glück. Jetzt keine Ahnung, wie es heißen wird. Schauen wir mal. Aber ihr wisst, die alten Jungs waren nutzlos. Die haben es nicht hinbekommen. Oh mein Gott, Mann. Deswegen hab ich hier die 2 krassesten Trader aus München. Vielleicht sogar aus ganz Bayern. Aus ganz Deutschland. Die übernehmen das jetzt. 1 gegen 1. Das ist echt hart. Ihr habt es letzte Woche gesehen. Tati hat mich auf die Idee gebracht. Er wollte cheaten und hat ihn beauftragt. Oh mein Gott, ich hab gleich abgeräumt. Er hat mich auf eine gute Idee gebracht. Jetzt halt die 2 gegeneinander. Er kriegt hier diesen gesponserten Ordner von AltsMega. Grün. Matt hat, glaub ich, den in Rot. Der meinst schon in Rot, ja. Grün ist Legende, Mann. Grün ist Legende. Digga, Rot ist das Beste. Ich hab hier 10 Muster. Das können die sich jetzt aufteilen. Jeder macht eins auf? Ja, immer eins. Immer eins. Spannender machen wir das. Komm hier in die Mitte. Wir haben den Ordner hier weg. Noch auf, Mer. Digga, Pot. Pot incoming. Ist die Hohle der Antone, wenn einer? 7.000. Achso, fang an, Mer. Junge, was ist das? Digga, ist immer eine Super Rare. Nichts Besonderes, leider. Aber den kann ich schon gut vertauschen, ich meine. Ja, aber er denkt, Alter. Natürlich, Mann. Digga. Chill, chill. Digga, weiß. Er hat eine Syncron. Er hat eine Ultra. Alter. Ich verließe genauso wenig. Wer hat da gemeint. Ich schaue alles. Können die Wäsche betauschen. Ultra, Mann. Mega. Ultra. Hier, Dark Magician gefragt, Mann. Oh mein Gott, Mann. Wir können ja hier die Dinge hin tun. By the way, ich will noch jemand ein bisschen. Geht klar. Ich will noch Kenneth aus Heilbronn. Und Jonas Berg aus keiner Ahnung. Die zwei von Team Yes. Ja, der andere ist nicht Team Yes. Die zwei, Mann und die mächtigsten Trader. Ich will auch jemanden grüßen. Ich will meine Mutter grüßen. Ich hoffe, sie ist stolz auf mich. Nur wenn du gewinnst. Nur wenn du gewinnst. Nur wenn ich gewinne. Ich muss dazu noch sagen. Ich selbst hatte nie Glück bei Booster aufmachen. Ich höre ich auch nicht. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei Booster gekauft. Und dann nie wieder. Go, go, go. Mal schauen. TPT. Okay. Ich sehe schon alles Müller eigentlich. Du hast auch den scheiß Magier, Mann. Ich dachte, der war nicht so schlecht. Erstmal scheiße, Mann. Jetzt noch mal doch. Jetzt noch mal scheiße. Warte. Wah, Dig. Das ist doch eine bessere Ausbeute. Nein. Das ist ja schon. Junge, ich habe Synchro und Exit. Du hast eine Spell. Du kannst sie wegschmeißen. Ich habe eine Spell. Jetzt kommt der Bot. Wo treibst du? Du, der Bot, Mann. Da ist so schlecht , es ist so krasse mit unserer Ausbeute am Ende. Mal sehen. Vielleicht fängt er auch gar nichts weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann, der ist voll scheiße, Mann. Ich habe schon mal einen Traden. Alter, ein Traden. Ein Traden schon mal sicher. Ein Traden, Mann. Hau mal ab. Spaß, nein. Der Trait ist sicher. Er hat es eingesehen. 16 Uhr. Ja, chill. Aber hey, weißt du was das Problem ist? Schauen wir uns ein Geschenk haben. Nein, Willi nicht. Irgendwas tut mich nicht. 50 Cent. Billiger als Rudi. Was geht denn? Kommt da her. Kommt da her. Kommt. Das hat schon noch etwas gelesen. Ich schwöre, den braucht jemand. Ich war's ernst. Ich hab auch schon getradet. Ah, noch ein Vers. Hey, Schauen. Er braucht keinen mehr. Er braucht das 2. 2. Wir haben auch echt hier. 1. Ohne GoFu. Ja, hier. Er lenkt, dass du das geht. Natürlich, GoFu ist krass. Was steht denn da? Irgendwie ziehe ich nur die gleichen Karten? Schau viel an, Mann. Noch mal. Egal. Jungs. Auch mit diesen Karten werde ich gewinnen. Wahrscheinlich. Aber wer jetzt das mächtige Ziel hat gewonnen hat. Baaai. Gar nichts. Kannst du noch reinkaufen? Kannst du noch reinkaufen? Wahnsinn. Wahnsinn. Junge, jetzt kommt's. Einmal kusten. Klingt Glück. Junge, lassen wir die andere Karten nicht sehen. Kann ich mal einen Booster öffnen, Mann? Oh mein Gott! Wer Benni hier hätte alle genommen. Ich hab nur unsere Marke gezogen, Mann. Ich hab nur unsere Marke gezogen, Mann. Ich hab nur nichts kaufen, Mann. Ich hab die Jungs nicht. Unterstützt mich. Leider ist die Ordnung, Mann. Der hat sich so krass. Ich hab leider gar keinen Antje Ultra-Rap. Aber... Junge, ey. Was geht denn? Die geht auch noch. Hä? John! Ich tu dich schon mal her. Ich tu dich schon mal her. Flüchtig selbst. Hahahaha. Dicker Chomp. Hast du gehört, dass du gehört? Er kennt mich länger, Mann. Chomp. 25. Ich hab mir 10 Cent. 10 Cent. Ich hab noch nichts bekommen, hab ich gewonnen. Doch nicht jetzt. Ich geh lieber Wochenend mal. Also heute. Junge, ey. Dann bin ich mal wieder zurück. Ja, aber heute nur erste Folge. Heute nur erste Folge, Mann. Jetzt ab jeden Samstag... Okay, Jungs. Das ist mal eine Folge, oder? Ja? Ich bin immer hier Samstag. Ich bin immer hier Samstag. Kauft euch nie Buster, Abrecht, Rupeschi. Ihr seht so aus. Hahahaha. Außer von Flink, Funtainment, oder? Außer von Funtainment, oder? Außer von Funtainment. Wir wollen. Wir wollen's. Ja, nee. Das wird schon gut los. Ich auch. Hä? Du? Nee, Mann, ich. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Geht klar, Jungs. Okay, Predictions. Okay. Ja. Was soll ich sagen? Der Sieg ist jetzt schon vor euch. Mert, letzte Worte? Ey, viel Glück, Mann. Alter, Mann. Nicht schummeln, ne? Auf keinen Fall schummeln, Mann. Und jetzt, jeden Samstag eine Folge. Hoch im Glück. Überlegst du auch, warum ich nicht da, Jungs? Also wenn ihr mich drin ist, kein Ding. Man sieht sich hier in Stuttgart. Wenn ihr irgendwas braucht. Ich bin in Stuttgart da in zwei Wochen. Könnt alles kochen. Aber nur das Zeug hier. Und von meinem Privatordner auf. Nur dieses Zeug. Den krasse Ordner seht ihr noch. Demnächst der Ordner hier auch. Genauso krasse, oder? Schön, der wird krasse Ordner. Schön, der wird krasse Ordner. Wir kommen durch diese Karte wieder auf. Wunder, Pro. Ich schwöre, ich geh auf die Jagd jetzt. Los geht's. Fangen wir mal an, Jungs. Fangen wir mal an, Jungs. Fangen da an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wird mal liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei. Schaut beim Fontaine in München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht. Yu-Gi-Oh! Serious Business.